Die Zimmermann! Zweiter ist, glaube ich, die Schwester, Lisa Zimmermann! Und dritter in der Gruppe ist die Helene Schwarz! Als letztes kommt jetzt die Sieger bei den Jungen als Einzelstarter und Sieger, Felix Pfarr! Und bei den Mädchen hat es gewonnen, Elene Haberer! Der zweite Platz bei den Mädchen geht an Carlotta Schwarz! Der dritte Platz geht an Marie Henning! Und der vierte Platz an Katrin Thiele! So, noch ein Foto! So, vielleicht beantworten, wenn ihr im Wasser seid. Ich wollte auch noch mal einen Satz sagen zum Thema Eis. So, wenn wir so einen Anrund haben, werden wir uns den Start und Vor- und Aktivisten entspannen wollen. So, wir kommen jetzt mal bei so viel Informationen. Und wir bitten mal an, wenn ihr jetzt schon auf den Stufen stehen, ist mal langsam weg von den Stufen zu bewegen. Und ist hier in diesen Vorstadtbereich gekommen. Noch mal eine Information zu diesen Lügen. Also, wir haben, wie gesagt, vor den letzten Tagen hier die Möglichkeit geschaffen, dass direkt hier aus der Hertha kommt. Und hier abflüchen können. Das ist nur eine Bräume da. Hier wird jemand stehen. Macht das einfach. Ja, gleich den Zeichen haben wir angereichert. Wir haben ja genug. Nein. Wir sollten noch frischen Wasser abflüchen. Und noch mal die Empfehlung von unserem Chef. Wer soll euch raus? So, wir sagen, hallo, dass sie nahe sie wohl. Ha, 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 ha. Los! Wir haben ja jetzt ein bis 30. Wie gesagt, wir wollen jetzt mal gucken wir mal raus, wir wollen. Wie gesagt, wir haben jetzt ein bis 30. Die Stimmung ist gut. Trenn Sie mal den Schrei. 8 Sekunden. Zweiistiere, die auch in die Köln, die� tabeln in der Köln. Auf insідal. Auf insidal. Jawohl, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hier um die Kleine, ja. Wir wollen immer nach Hause, doch. Können wir verstehen. Und nach meinem Dafürhalten sind die im Depot, oder? Nee, der hat jetzt nicht. Ja, das ist ja egal. Wir gehen ja wieder da rein und dann runter. So ist das ausgezeichnet. Ach so, ja, aber weil das ist ja gezählt, oder? Ja, das ist ja egal.